Jo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ich hatte heute Vorstellungsgespräch. Ich bin gerade rein. Alter, es war richtig schlimm. Also meine Sachen wunde, die Nerven langsam. Ja, heute früh habe ich vergessen, Videos zu machen. Erstens nach, jetzt wo ich wieder zu Hause bin. Und zwar, ich bin in den falschen Zug eingestiegen zuerst. Oh Mann ey. Ich musste nach Burg Bernheim. Ich dachte, der nach Ansbach fährt, der fährt auch an Burg Bernheim vorbei. Nein, jetzt ist es auf einmal Neustadt. Keine Ahnung seit wann das. Ja, musste ich von Ansbach wieder nach Steinach fahren. Und von Steinach dann nach Burg Bernheim. Alter. Bin trotzdem noch pünktlich gekommen. Normalerweise wäre ich eine Stunde früher dort angekommen. Und derzeit, fünf Minuten vorher war ich dann zum Glück da. Aber ich hatte schon vorher angerufen, falls ich wirklich zu spät kommen darf. Sie es Bescheid wissen. Ja. Dann. Vorstellungsgespräch. Es hätte besser laufen können. Sagt man es so. Ja mal schauen. Sie haben gesagt, sie melden sich in ein paar Tagen wieder. Dass sie auch andere Bewerber haben. Und ja mal schauen. Ich hoffe, sie nehmen mich aber durch mein Englisch. Und ich bin auch nicht so richtig handwerklich begabt. Und da wünsche ich schon ein bisschen, dass man handwerklich begabt ist. Und Englisch habe ich nur fünf. Äh, das kann man gleich wieder vergessen. Ja mal schauen. Na ja, ich habe ja noch mehrere Bewerbungen draußen. Da kam bis jetzt noch nichts. Also von anderen kam ich auch noch eine Abslage. Ja. Mal schauen. Auf jeden Fall danach. Habe ich meinen alten Kumpel wieder getroffen. Raphael Detner. Falls du es siehst. Servus. Der ist auch auf zwei Videos dabei. Und zwar bei der Ice Bucket Challenge. Und wo ich in den Sandberg gefahren bin. Und das schöne Tor vom Tobi. Aber da hat er nur Kameramann gespielt. Was heißt gespielt. Gemacht hat er es. Und ja. Was sonst noch. Jetzt bin ich halt ganz normal mit dem Zug wieder heim. Gerade noch einen Döner rein. Weil ich Hunger hatte. Und ja. Mal schauen. Ich treffe mich dann mit dem Tobi. Am Bahnhof. Schau wieder. Weil er war in Ansbach in der Berufsschule. Hat. Jetzt die nächsten zwei drei Wochen Schule. Also letzte Woche hatte er schon. Diese Woche hatte er. Nächste Woche. Weiß ich nicht. Ja. Mal schauen. Auf jeden Fall. Sehen wir uns später nochmal. Und ja. Bis später. 2.000 Jahre später. Jo. Willkommen zurück zum Video. Ich hab schon wieder vergessen Videos zu drehen. Alter. Das ist mit Bisse los. Ja. Jetzt war mal Dienstag. Oh Gott. Scheiß Flieche. Ja. Ich war dann auch noch. Hab mich. Bei Tobis zu mir gekommen. Ja. Ich war mit ihm Fußball spielen. Und. Auch sein. Ey. Ich will's mich jetzt verarschen. Und auch sein. Alter Klassenkamerad. Also vom Tobi. Und. Ja. Wir haben ein bisschen einmal Berührung gespielt. Ein bisschen drauf geschossen. Und irgendwann kamen noch zwei andere Pfeifen. Nein Spaß. Ähm. Ich glaub die schauen sogar meine Videos. Ich hab nichts gesagt. Nein Spaß beiseite. Zwei andere kamen noch. Mit denen haben wir dann gespielt. Alten Spiel. Ja. War ganz okay. Danach konnte ich gar nicht mehr genau so. Der Tobi. Wie ist denn dann. Man kann sagen. Wie ist denn heimgeschlichen. Oder so. Und. Ja mal schauen. Auf jeden Fall. Ja. Dann auch noch ein paar Videos gekuppert an. Bin ich pennen gegangen. Heute früh aufgestanden. Ja. Zuhause geblieben. Bin ich schon wieder schlecht. Bin ich schon wieder schlecht. Und schon wieder Durchfall. Oh. In dreiviertel Stunde hab ich Arzttermin. Ja. Mal schauen. Und. Vielleicht nehm ich euch da auch noch mit hin. Ja. Vielleicht sagen. Bis später. Ja. So. ganz normal. Und. Ja. Ich wusste, dass das passiert. Ja. Heute. Ich werde wahrscheinlich ein paar Videos noch schauen. Hart spielen. Dann um 18 Uhr natürlich Fußball mit dem Tobi. Und ja. Das war's eigentlich heute schon wieder. Das werde ich als YouTube Live 3 machen. Ja. Auf jeden Fall war's das jetzt. Kann ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Vielleicht. Dann noch einen Daumen nach oben. Kommentar vielleicht. Dann werde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und. Ciao. Schu. Schu.